Fitness-Studios haben von Grund auf durch die modernen Geräte einen hohen Energieverbrauch. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass auch hier in Sachen Energieeffizienz umgedacht wird. Viele Betreiber machen aus ihrem Studio ein sogenanntes Green-Studio für ihre Kunden. Umweltschutz ist für uns natürlich ein zentrales Thema. Auf der einen Seite, weil wir schon in diesem wunderschönen Bereich sind oder in dem wunderschönen Land leben, das erhalten wollen und sollen für unsere Kinder und Enkel. Und wir wollen definitiv unseren Beitrag dazu leisten. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir brauchen auch was für die Natur oder wollen was Gutes für die Umwelt. Und da macht die PV-Anlage natürlich Sinn. Wir haben nahezu 365 Tage im Jahr offen. Umweltschutz war auch hier die Initialzündung für das Umdenken in Richtung erneuerbare Energie. Gemeinsam mit der Salzburger Energieberatung ist man dann das Thema angegangen. Um eine gute Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage hier zu erreichen, ist es wichtig, die Anlage nicht auf die Spitzenleistung des Gebäudes auszulegen, sondern auf die Grundlast. Das ist also jener Strombedarf, der über viele Stunden im Jahr benötigt und gebraucht wird. Das heißt, für diese Anlage hier in Saalfelden sind die ausgelegten 20 Kilowatt-Pigter Photovoltaikanlage in etwa ein Viertel der Spitzenlast der Anlage. Aber wie immer ist es oft nicht ganz so einfach und Not macht bekanntlich erfinderisch. Denn das Hausdach des Fitnessstudios ist leicht Richtung Norden ausgerichtet. Eigentlich ein No-Go für eine PV-Anlage. Doch hier war es möglich, die Anlage aufzuständern, sprich etwas aufzurichten und nach Südwesten auszurichten. Dadurch hat er folgende Vorteile. Einen deutlich gesteigerten Ertrag, einen sehr guten Ertrag und im Winter sogar weitgehende Schneefreiheit, weil durch das Aufstellen der Platten sind diese sehr oft vom Schnee frei, weil der Schnee einfach abrutscht. Wir kontrollieren die Erzeugung eben über unsere Smartphone-App, was ganz simpel ist. Also ich habe die auf meinem Smartphone, meine Schwester natürlich auch. Und so schauen wir immer wieder Monat für Monat oder Tag für Tag, was ist die erzeugte Energie. Und seit ich diese App habe, schöpfe ich mein Tag sogar im Winter gern ab. Alle Informationen rund um PV-Anlagen bekommen Sie natürlich auch von der Salzburg, egal ob für Privat- oder für Gewerbekunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.